Hi und willkommen zum ersten Interview mit der neuen Teddy und los geht's! Wie lautet dein Name? Na Teddy Nekto, wie möchtest du genannt werden? Teddy reicht für dich. Was für eine Art V-Tuber bist du eigentlich ein Geist? Immer noch. Dein Geburtstag ist am 2. Dezember. Du bist 24 Jahre alt. Bist du denn vergeben? Und wie stehst du zum Blitzstein? Wie lautet dein Love-Tag? Wie lautet dein Pen-Art-Tag? Wie nennst du deine Zuschauer? Nervig und zwar sehr. Welche Hobbys hast du? Zocken zeichnen und was ich so mag, mach ich den ganzen Tag. Und was ist deine größte Angst? Dass ich Kinder bekomme. Same. Hast du noch etwas zu sagen? Ja, danke fürs Zusehen hier. Und warum sind wir in einem Musical? Na ja. Ist ja auch egal, richtig? Oh, ich muss nicht mehr singen! Danke fürs Zusehen. Das war's mit der Show. Bis bald! Zusehen. 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 Zusehen.